Wir haben gesagt, dass wir unser Bewusstsein bedingt gesagt haben, wie eine Mannschaft vorstellen können. Unser höheres Ich, dieses Ich existiere, Ich bin, dazu kann man bedingt gesagt haben, bedingt sagen, dass das der Direktor ist. Es ist quasi unser Wesen, unsere Grundlage, welche, naja, die Bestimmungsinstanz ist. Wenn wir aber in diese materielle Welt hineingeboren werden, also unsere Seele, unser Wesen formt eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit kann man ja als Maske bezeichnen oder als eine Tarnung bezeichnen, so dass die Seele ja adäquat und angemessen in der Gesellschaft leben kann. Wenn die Seele sich bewusst ist über ihr wahres Wesen, über ihre höheren Energiehüllen, kann diese Seele sehr gut alle seine anderen Energiekörper und Energiehüllen kontrollieren. Wenn wir uns aber als diesen Körper, als nur den Körper wahrnehmen, wenn wir uns mit der materiellen Realität identifizieren, Das könnte man vielleicht so bezeichnen, der Direktor hat seinen Verstand verloren, also der leitet unter Amnesie. Deshalb springt Zeit zu Zeit ein anderes Seelenteilchen auf seinen Platz und übernimmt seine Funktion. Also um das Bild nicht zu verstehen, ihr stellt einen Bus vor, also ich zeichne hier einen Bus. Es gibt hier einen Fahrer, der weiß, wo man hinfahren muss und der Fahrer also fährt mit dem Bus zum gewissen Ziel. Und stellt euch vor, dieser Bus, in dem sitzen, naja, so Jugendliche, die, naja, gerne Streicher spielen. Die gegeneinander scherzen und sich gegeneinander aufspielen und nicht immer sind diese Spielereien gutmütig. Jetzt stellt euch vor, dass der Fahrer sein Bewusstsein oder sein Gedächtnis verliert. Diese Jugendlichen sehen, dass der Fahrer den Bus gar nicht mehr steuert. Deshalb setzt sich jemand von den Jugendlichen ans Steuer des Busses. Und anstatt dass der Bus in seine richtige Richtung fährt, fährt der Jugendliche diesen Bus quasi in eine vollkommen andere Richtung als es sein sollte. Und so ein Prozess passiert beim Menschen regelmäßig. Wenn der Fahrer aufwacht und zu sich kommt, dann dreht er den Bus wieder in die richtige Richtung. Wenn der Busfahrer wieder einschläft und quasi die Steuerung verliert, übernimmt wieder jemand von den Jugendlichen den Bus und fährt wieder in eine vollkommen andere Richtung. Deshalb, wenn jeder über sein eigenes Leben ehrlich nachdenkt. Zum Beispiel, möchtet ihr eine Wissenschaft lernen oder irgendein Beruf. Ihr beginnt etwas zu lernen. Und dann finden sich tausende Ausreden, warum ihr das dann nicht mehr macht. Und ihr verschwendet die Zeit für absolut andere Dinge und macht absolut etwas anderes, als ihr geplant habt. Schaut Seriale, читаете книge, ходите на вечеринки, занимаетесь чем угодно, но не делайте то, что вы себе решили. Schaut irgendwelche Serien, geht zu Partys und macht irgendeinen anderen Blödsinn. Hauptsache nicht das, was ihr euch vorgenommen habt. Dabei ist das, was ihr euch vorgenommen habt, sehr, sehr wichtig für euch im Leben und dann bereut ihr das auch sehr stark, warum ihr das nicht gelernt habt. Das heißt, wenn wir unseren Körper nicht kontrollieren können, unsere Emotionen nicht kontrollieren können, unseren Verstand nicht kontrollieren können, dass irgendein anderes Seelenteilchen die Kontrolle übernommen hat. Tatsächlich passiert das bei 80% der Weltbevölkerung. Aber das nennt man aber die verborgene Steuerung. Und das, was привычным ist. Oder man kann Gewohnheiten auch dazu sagen. Es gibt die offene Steuerung. Wenn der Fahrer nicht schläft. Wenn einer dieser Jugendlichen nach vorne geht und das Steuer wegreißt oder den Fahrer zusammenschlägt, der Fahrer ist wach und bei Bewusstsein kann aber trotzdem nichts machen und man übernimmt mit Gewalt das Steuer und fährt den Bus in eine ganz andere Richtung. Das ist auch die Schizophrenie. Wenn man über sich bewusst ist und man ist auch bewusst, dass ich hier bin, ich bin ich, aber gleichzeitig spricht jemand im Kopf. Also die Seelenteilchen, die können ja auch miteinander kommunizieren. Mehr noch, die zwingen euch dazu, etwas nicht Harmonisches, etwas Unangenehmes oder Schlechtes zu machen, was sie eigentlich nicht tun möchten. So ein Mensch kann in dem Moment nicht sich selbst kontrollieren. Und hier ist dem Menschen ganz bewusst, dass er sich in dem Moment nicht kontrollieren kann. Das ist die schlimmste Variante von allen. Also von diesen Leuten gibt es nicht so viele, das sind einige Prozent. Und die Leute, die mit einem skreitem Umständen haben, das sind 80 Prozent. Wenn man über diese verborgene Steuerung, über die verborgene Übernahme sagt, von denen gibt es 80 Prozent. Also, wir schauen uns so ein Beispiel. Vielen Dank.